welche was denn es war nicht der chef maven ein weiterer toter na super das ist ganz toll jetzt habe ich zumindest gesehen könnte jemand eventuell hier ein scaffold im baum ok das trotz gehört sind jetzt alle wieder unten alle heile ok ok sagen keine mehr obendrum steht und irgendwie da lust verspürt daran zu sterben habe ich jetzt kein problem mehr damit es geht nicht zu stören zu stören haben es euch noch irgendwo was was rumstehen könnte nein 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 außer natürlich und zur uni und die fellow hier ok mal wieder ein verloren weil ich nicht aufgepasst habe und das sind verdammt viel liegt noch möchte ich mal behaupten 3 ist gerade zu wenig aber na gut ich würde einfach mal sagen ich bin das ist hierbei und schaut die nicht doch vielleicht ein bisschen besser aufräumen könnten sagt er hat auch gar keine steine mehr deswegen machen sie wahrscheinlich gerade kaum was und noch eine belagerung zwei goblins sind dabei bin mal gespannt ob das gut ausgeht oder das nicht gut ausgeht soll es abschließend ist zähne drei stücksten hier und sich könnte ich bin wenig ausrichten wenn die hier im verbund immer kämpfen komm schon ihr könnt ihr doch helfen dankeschön dankeschön zu dritt gegen den goblins zu gegen den goblins wobei die kämpfen als kämpfen der ist glaube ich so der zweite kommt bitte 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 er geht's noch gut geht's noch gut dem glaube ich jetzt nicht mehr sieg sieg und noch mal sieg auf ganzer linie noch machen könnten wir hier ein hospital aufbauen von der streichheit wenig aber naja kommt der eingang hin könnte man wobei könnte ich noch kurz aufbauen das machen wir noch das machen wir noch beziehungsweise ach komm es kann noch ein paar minuten länger aufnehmen wir haben es ja stone stone wood sowie dazu betteln stockbetten beim krankenhaus ich glaube das wäre nicht ja nee wir machen normal betten beim krankenhaus hier ist recht haben normales bett zu haben einmal so hin habt das beid danke dass ihr es so wunderbar hingestellt habt ja so wieder zu gut dies medizinschränke hier bittner ist dann der gang da kann immer jemand reinlaufen zwischendrin hier im weg ihren weg für beide jeweils schon 1 2 3 stück kann man noch nachkommen ist was sicher raum natürlich wieder etwas falsch gesetzt warum soll ich es auf anhieb richtig machen wieder mal sicher raum der muss hier anfangen jetzt schaut es doch wesentlich besser aus dann verletzt wird 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 und kam das hier hier und hier zerstören mal den dreck und den auch meine ressourcen sind kostbar aber irgendwo ja ist ja mal wissen wir dann auch mal vorankommen plus utility hier bingo besitzt passende luft machen wir noch gleich einen eingang hin mit mauren drumherum ich weiß nicht warum ich jetzt hier eine doppelwand hingemacht habe ach komm egal egal zerstören und zerstören danach kommt eine tür noch dran türen waren hier ihr habt hier waren türen ein normal tür plus einen weg noch 1 freilassen hier entlang stimmt so den kann man nach hirn expandieren das ist mir auch zufrieden und das bett kommen ist nur das holz wenn es wenn sie sich hoch tragen wollen dann kann ich da auch nichts mehr machen sagen wir mal noch einmal kurz hier einmal wegmienen damit man die steine rankommen ja noch hier was machen können stufe 5 haben sie ein bisschen was wir freigeräumt naja wir haben hier ein jackpot getroffen auch mit monstens wie es ausschaut ja es gibt es ein paar die hundertprozentig erstmals sich ausruhen müssen ich bin gut ich bin positiv überrascht dass mir jetzt doch noch so eine wunderschnein stein und ja ich weiß nach unten gibt es immer noch mehr steine aber die späte wir nach unten müssen mit uns ganzen leuten umso mehr zeit hallöchen das wäre gut wenn nicht unsere helden sonst wird doch das heißt ja bingo oh ja das gibt schöne erfahrung ist richtig kommen hier nach hinten ach man na gut das noch die seine es gibt noch es sind noch alle am leben es ist schon der der runde ist bereits im krankenhaus gelandet korn hat gute besserung du hast hervorragend gekämpft dafür dass du eigentlich nicht als stadtwache eingeteilt ist das verdient sind respekt wo es andere bett hin hätte sollen so ist ein thema zerstören widerwillen hier ist noch alles voll 16 nächsten 23 minuten aufnahmepause machen das ganze durchrennen allein schon um dann auch mal etwas knabbern zu können aber während dessen könnt ihr noch sehen was ich noch vor ins baum das sei dann einfach während der offzeit denkt warum eigentlich warum mache ich so ein fehler man okay die kammer die können wir zerstören dadurch denkt wir haben bestimmt schon längst aufgeschrieben hat er schon wieder ein fehler gemacht ja bitte dass sie funktionieren bitte dass nichts was neues bauen muss wirklich besser aufpassen wie ich was mache so gehen mir jede menge ressourcen verloren ihr wisst schon dass ihr noch zwei betten umsteht oder eventuell wisst ihr es wie einmal nicht ja gut dann kann man aber zumindest mal hier kommen eins zwei mauer näher weg hier aufhören hier aufhören hier den weg aufhören und hier den weg aufhören also gleich kommen wir zum schluss ja ich bin jetzt auch gleich ja nicht erfreut über den schmarrn den ich hier selbst zusammen fabriziere ach man nicht hin das ressourcen da ist 25 steine auch nur noch das ist nicht mehr so viel das heißt wir müssen das hier abbauen wir müssen den abbauen und wir bauen noch ach komm das ist bestimmt auch irgendwelche monster aber egal wird schon klappen wird schon klappen für was hätten wir sonst zu helden da kann ich nicht sagen okay gut wir machen dass sie ich mache einfach hier durch und sie sind gut durchgebrochen zum nächsten evillayer des bösen zum klick sind die händen schon da wir haben es doch eisen rüstung ist da könnte er eigentlich der oliver seine holz rüstung ablegen yellow hat der schluss viertel und zum bundes eigentlich alle blau machen plus einen grünen für als boss aber wenn man gelben haben ist natürlich nicht zu also sie rennen sie einfach über den haufen das geht das geht natürlich auch nicht zu unterschätzen ich habe ihn nur lauter kleine da zu sein nichts größeres was war denn da arachnoidenbogen arachnoiden sind doch das sind unbedingt spinnenwesen die kommen aber die kommen doch erst zwei ne warte mal ich kämpfe ja die ganze zeit schon gegen spinnen ach gott ja so ist so gut geht es mir gerade so gut geht es mir gerade ok 39 dürfte so ein bisschen ausreichen um den schluss zu machen ok also ich weiß noch ein bisschen was abbauen wir sind ein paar steine hier weg machen vielleicht bin ich noch irgendeinen gegner werde dann hier noch schauen dass der ganze dreck so ein bisschen weg kommt dass man nächste runde dann uns an denen machen können beziehungsweise ich werde ein bisschen freizeit machen damit ich ein paar neue leute bekommen plus die zimmer werden ausgerüstet mit cupboards eventuell auch schon mit ein paar guten candles das hängt aber auch davon ab ob ein paar händler kommen uns zu mir verkaufen denn ich möchte ungern den wertvollen stein in anfangs noch wertvollen stein so bei mir und das wird wahrscheinlich nicht mehr so wertvoll sein aber egal herbekommen bis dato aber hoffe ich ihr hattet spaß aus jemals sonst immer und wir sehen uns bei den nächsten aufnahmen wieder bis dahin macht es gut und wie immer tschüssi sie